Kleine Kinder, jetzt brauchen wir doch irgendwas für das Intro, vor dem, auf Intro, äh, Kleine Kinder, Jo Olli, äh, Sex. Ich laufe, eins, zwei, eins, zwei, jawoll, es schlägt aus, es schlägt. Geil, boah. Also, ich schlag auch manchmal aus, wenn ich irgendwelche nervigen Kinder rumschreien höre. Ich dachte, Frauen. Auch. Und Männer. Alles. Leute, die die Röcke zu weit oben tragen, alle. Einfach, einfach komplett, einmal hier eine Clothesline, eine Powerbomb, ja, ein Spear Tackle, äh, diese ganzen Wrestling-Begriffe, du kennst dich doch da aus. Tombstone, Piledriver und Stone Cold Star und Switching Music. Und alles. All das. Du lebst quasi in Rock'n'Roll, wenn jemand einen Rock trägt, dann rollen die auf den Boden. Köpfe. Und die Köpfe. Ach, das ist noch besser, verdammt. Geil. Natino, wie ist es? Es ist wunderbar, ich bin ein bisschen müde, ich hab, äh, ich hol meine alte Catchphrase raus, ich hab ja nicht so gut geschlafen und nicht lange, aber ich bin voller Vorfreude, weil ich ganz, ganz viele Themen habe. Und ich freue mich, diese mit dir diskutieren zu dürfen. Das ist sehr, sehr schön, das ist in vielerlei Hinsicht schön, ich hab nämlich diese Woche nicht so viele. Ich weiß nicht, irgendwie war ich mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Weil du warst Schlitten fahren und Skifahren und, äh, auf, vor irgendwelchen Häusern springen. Und Kopfhörer fang dir an. True, true. Nee, ich weiß nicht, ich hab da auch einfach nicht so viel mitbekommen. Also, es war halt Impeachment, das hat wieder relativ viel meiner Aufmerksamkeit gefressen. Und, äh, darüber hinaus hab ich jetzt nicht so, äh, YouTube-Skandale oder so groß mitbekommen. Vielleicht gab es da nichts, aber gut. Jetzt impeachen wir die schlechte Laune. Nice. So sieht's aus, Tino. Wir sind Brennpunkt Internet. Wir halten die Fahne hoch für, äh, 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 Eloquenz und wirklich sehr, sehr fingerspitzengefühl zeigenden Humor. Und klar strukturierte und, ähm, recherchierte Neuigkeiten. Wenn ihr unsere, unseren Podcast hört, müsst ihr keine Nachrichten mehr gucken. Versprochen. Wir wissen alles für euch. Generell, ja, diese, diese, diese Volksverräter da in den Nachrichten, ne? Dieses System-Medien. Genau. Wir sind die Chaos-Medien. Ah, Tino, Chaos, Chaos, Chaos. Ich möchte bitte diesen, diesen Podcast hier eröffnen mit einem geilen Thema diese Woche. Das, äh, das ist mein viraler Hitler, obwohl er viral ist Wunder. Ich weiß es nicht. Es ist, es ist das lustigste Video seit 1, 2, 3 Wochen, keine Ahnung. Ähm, ich hatte es auch in einem Stream mal gezeigt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es gesehen. Es ist ein Zoom-Call zwischen zwei Richtern und einem Anwalt. Ja. Sag dir das was? Und einem Tier, oder? Quasi, der Anwalt hat nämlich einen Face-Filter aktiv und es ist einfach so fucking gut. Das sind drei super seriöse Leute, ja. Und der eine von diesen dreien, der sieht aus wie eine Katze. Er ist eine Katze, aber nicht irgendeine Katze, sondern eine Katze, die ganz traurig guckt. Und der Filter trackt quasi die Augenbewegungen von dem Mann und überträgt das auf die Katze. Das heißt, die Katze guckt völlig verstört in der Gegend rum, in dem Moment, wo der Mann, der Anwalt, realisiert, dass er gerade diesen Face-Filter aktiviert hat und das nicht wegbekommt. Seine, seine Gehilfin kann ihm irgendwie auch nicht so ganz helfen. Es ist so fucking großartig. Vielleicht verlinke ich das wirklich mal, wenn ich schon Jan Yester vergessen habe zu verlinken. Hol ich übrigens nach. Vielleicht verlinke ich das mal in der Beschreibung, weil es ist so fucking witzig. Und dann sagt er halt, hier, meine Assistentin, die kriegt das auch nicht weg. Ich bin hier, ich bin live, ich bin keine Katze. Und dann echt so drei Sekunden Stille. Und dann sagen die Richter, ja, das sehen wir. Ich bin keine Katze, glauben Sie mir. Ich bin ein echter Richter und kein Katzenrichter. Das würde eine Katze sagen. Ja. Also das ist auf jeden Fall zu Recht viral gegangen. Das ist doch der L'Oreal-Humor, den ich mir immer wünsche. Das ist für mich YouTube. Katzen-Content und Humor. Und seriöse Menschen, die da irgendwie reingeraten sind aus Versehen. Das ist doch witzig. Ich glaube, ursprünglich ging das auf Twitter viral. Das letzte Mal, als ich es gesehen habe, waren es fucking 30 Millionen Aufrufe innerhalb von zwei Tagen. Das ist schon solide. Krass. Sehr, sehr witzig. Ich habe nur so ein Vorschaubild bei Facebook gesehen. Hat irgendwer von meinen Freunden gepostet. Aber ich habe es nicht gesehen, weil ich keine Zeit hatte. Oh, weißt du, keine Zeit für Lachen, Tino. Du musst ein trauriges Leben haben. Habe ich nicht mehr. Ja, ich bin hier nur am Hasseln und ja, es ist furchtbar. Mein Lachen ist vergangen. Was weniger furchtbar ist, dass wir in Weimar keine Ausgangsschere mehr haben. True. Zeit gestern, ne? Konkret. Breaking News kommen hier gerade rein quasi. Donnerstag haben wir keine Ausgangsschere mehr. In Weimar. Wegen der Inzidenzzahl hat der Kleine gesagt, sehen wir es nicht vernotwendig an, Menschen ihre Freiheit zu nehmen und so. Und ja, ist, ich weiß nicht, ich glaube, das war eh so eine Sache, die ich jetzt nicht so wichtig fand oder nicht so für sinnvoll erachtet habe, dass wir nicht mehr raus dürfen nach um zehn. Ich habe es akzeptiert und auch durchgezogen, aber ich fand es jetzt nicht so unglaublich wichtig. Ja, würde ich, würde ich so mitgehen bei beidem. Äh, ich, ich, weißt du, ich habe ja dann auch immer dieses, ich mache ja viel Schabernack und dann wegen so einer Scheiße polizeilich gefickt zu werden, ist dann halt richtig, richtig albern so. Deswegen habe ich da auch kein, aber auch bei der Kälte hatte ich jetzt nicht so das Bedürfnis, nachts rauszugehen. Wollte ich gerade fragen, ja. Aber. Also die andere Seite ist ja, wer will denn um die Uhrzeit draußen sein aktuell? Also ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade viel zu Hause, ähm, Filme schauen, kochen, backen, äh, mit Freunden zoomen und ab und zu kommt mal jemand vorbei irgendwie mal für ein Stündchen zum Tee trinken oder so. Wer will da rausgehen nach 22 Uhr? Boah, ich finde das ganz, ganz eklig kalt und dunkel. Ja. Ja, also diese, diese Ausgangssperre, die ist ja irgendwie auch so ein bisschen implementiert, damit nicht alle irgendwie auf Orgien gehen und Bumse-Partys machen, aber das macht ja eh keiner. Es gab jetzt wohl vor ein paar Tagen eine illegale Geburtstagsfeier in irgendeinem thüringischen, äh, Dorf oder Kleinstadt. Ich glaube, Bad Langen-Salza oder so. Da wurde eine 15-Personen-Geburtstagsfeier aufgelöst von der Polizei und die Menschen haben wohl ihre Fenster abgeklebt und verdunkelt, dass keiner reingucken kann. Aber irgendwer muss es dann doch gemerkt haben und das wird richtig teuer für alle Beteiligten. Aha, der hat, der hat, der Nachbar sich schön an die Stasi gewandt und hat gesagt, guckt mal hier. Toll, Timo, toll. Mal ganz, ganz im Ernst, ich war auch letztens in einem, in einem Laden, äh, so, ja, wie groß waren die ja, vielleicht 40 Quadratmeter, also nicht groß und ich war der Einzige, es waren so ungefähr fünf, sechs Leute in dem Laden plus ich und ich war der Einzige mit Maske da drin. Und ich dachte mir, Alter Schwede, wir haben eine Pandemie, wir haben eine Maskenpflicht und alle tragen die nicht. Zwei Personen haben die so, äh, vor den Mund getragen und die Restlichen echt gar nicht und haben dann auch da drin gegessen und so und es durften die eigentlich nicht und ich dachte, Alter Schwede, was machst du jetzt? Und da waren zwei von denen auch noch so freundlich zu mir und haben mich auf irgendwas hingewiesen, weil ich was fallen gelassen habe und ich wollte die eigentlich tot ignorieren, aber ich konnte es halt nicht wegen dieses Vorfalls. Dann trugen die auch noch so Jakuza-Hosen und so und ich dachte, oh, ist das eklig. Und ich habe ganz kurz überlegt, machst du jetzt irgendwas, rufst du jetzt irgendwie die Cops, Ordnungsamt oder, ähm, sprichst du es mal an, aber zu allen Sachen hatte ich keinen Mut. Also, erstens, was sind Jakuza-Hosen, zweitens, was zur Hölle besuchst du denn für Esoterik-Läden, die sich irgendwie so hart querstellen, weil eigentlich, das dürfte ja ein Ladenbesitzer gar nicht machen, wenn der seinen Laden behalten will. Okay, also es war ein Waschsalon, weil, äh, aktuell haben wir keine Waschmaschine vorübergehend und, ähm, da ist halt kein Mensch, der da arbeitet. Da stehen ja nur so Waschmaschinen rum und da kannst du die halt befüllen mit, mit, äh, deinen Klamotten, wirfst Geld rein und dann läuft das irgendwie. Und ich habe ja gewartet. Ja, ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass ein Waschsalon die Definition von Laden für manche sprengt und sich so gefühlt wie ein bisschen so ein, so ein Public Square anfühlt und nicht für so eine geschlossene Einrichtung. Aber es ist ja geschlossen und draußen ist auch ein Hinweisschild, ein großes, äh, mit der Mund-Nase-Bedeckung aufsetzen und so, aber es hält sich keiner dran. Das fand ich sehr ärgerlich. Und Jakuza-Hosen sind so, es ist so eine komische Marke, die eher so Menschen tragen, die, also viele rechtsgesinnte und querdenkende Menschen tragen diese Hosen. Nicht nur, es gibt auch Menschen, die von... Okay, also ich glaube, ich muss die mal googeln. Nicht, dass ich aus Versehen rechtsgesinnt bin. Nee, es gibt schon Menschen auch, die das nur als Marke tragen, weil die relativ populär sind und auch viele Nichtwissende tragen das. Ich habe auch, ähm, eine sehr gute Freundin, die das, die so Pullis davon hat und Strickjacken. Aber es wird von so, so rechten Vollidioten auch, ähm, gern getragen, weil Jakuza ja ein, eine, eine japanische, glaube ich, Mafia ist. Und das klingt so gefährlich, dass man es halt irgendwie als rechtsgesinnter Mensch gern trägt. Nicht nur, wie gesagt. Ja, 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 also ich weiß jetzt auch, was du meinst. Das ist so eine typische Kummerkassenhose. Nicht so ganz rechts, aber doch eigentlich schon. Ja, genau. Und ich, ich bin ja unterwegs, ja, auf diesen ganzen Demos und erkenne ja, ich weiß ja ungefähr, was es da für Nazi-Codes gibt und was man so trägt. Und rechte Menschen tragen sehr gerne Jakuza. Ja. Ja, es ist ein bisschen dumm, weil an, an sich ist ja einfach nur eine Jogginghose mit was drauf, aber weiß ich nicht, ob da wirklich so ein, so eine, so ein Markenkult irgendwie wie bei Constable oder so ist, dass man das dann, weißt du, Constable trägt man halt da eine Jacke drüber, dass da NSDAP steht. Ja. Und, ähm, ich weiß nicht, ob das bei Jakuza auch wirklich so ein Ding ist oder ob das halt Zufall ist, dass einfach Leute, die gerne Schlagringe tragen, dass die halt einfach diese Hosen ästhetisch finden. Ich finde die Hosen nicht schön, aber es ist ja eine Geschmacksfrage. Hm. Es ist eine Frage von Rücken. Aber es ist schon auch irgendwie echt dämlich, oder? Also stell dir mal vor, man würde mit einer Jeans rumlaufen, wo irgendwie groß Mafia draufsteht oder so. Ja, ich weiß nicht. Ist dann irgendwie auch ein bisschen dumm. Ich frage mich, wenn solche Leute... Oder Räuberbande. Das wäre ja wenigstens witzig, aber was ist denn, wenn solche komischen Faschos mit Yakuza-Hosen durch Japan laufen? Die würden doch an der nächsten Straßenecke erschossen werden wahrscheinlich oder mit irgendwelchen scharfen Messern abgeschlachtet werden. Ja, ich glaube, die werden eher ausgelacht von der richtigen Yakuza. Ach so. Langweilig. Ja, geil. Das war also dein großes Thema, was du die Woche hattest. Freue ich mich. Mein persönliches Thema, ja. Aber was ich noch viel, viel schlimmer fand, und ich war schockiert, Robin, ich war schockiert. Es ist für mich fast schon die Meldung der Woche. Kennst du die Kelly-Family? Ja, natürlich kenn ich die Kelly-Family. Ich hab ne geile Mütze von der fucking Kelly-Family. Geil. Was ist da los? Angelo Kelly, ja einer der Killys sozusagen, der selber als Kinderstar groß geworden ist, wurde jetzt wegen Kinderarbeit verurteilt, weil er seinen jüngsten Sohn auf die Bühne gezerrt hat und musste jetzt 3000 Euro Bußgeld zahlen, weil Kinder bis sechs Jahren nur bis 17 Uhr auf der Bühne sein dürfen. Oha. Das ist krass. Aber hat er das Kind wirklich hingezerrt oder war das freiwillig? Nee, er will Revision anlegen. Es ist zwar rechtskräftig, aber er will sich irgendwie wehren dagegen, weil das Kind halt freiwillig auf die Bühne geht. Und ergeblich war es bei den Kellys schon immer so, dass die Kinder immer freiwillig auf die Bühne durften und nie mussten. Aber die wollten komischerweise immer alle. Und das Ding ist, ich bin ja auch schon mit fünf Jahren aufgetreten mit irgendwelchen Tanzeinlagen oder mit Sketchen damals auf dem Dorf und das fing auch immer erst so nach 20 Uhr an. Also ich war auch manchmal nachts zehn auf der Bühne. Es hat kein Schwein gejuckt und ich fand es auch nicht schlimm. Aber jetzt gab es halt eine fette Strafe dafür. Für Angelo Kelly. Bei der Kelly Family, da läuft eh nicht alles glatt, wenn du mich fragst. Ich meine, was ist das? Wie kann das sein, dass in dieser, das ist so unmöglich, dass in so einer Großfamilie, wo irgendwie 30 Leute irgendwie 500 Kinder haben, dass da alle Bock auf Musik haben? Das kannst du mir nicht erzählen. Da sind Drogen im Spiel. Ja, es gab wohl einen von denen, der keine Musik machen kann. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der immer bei Stefan Raab aufgetreten ist. War das Joey Kelly? Ich weiß, wen du meinst, ja. Der mit dem Pferdeschwanz, ne? Genau. Und der meinte mal, dass er überhaupt nichts kann. Er kann weder spielen noch singen. Und er hat sich immer nur Playback auf die Bühne gestellt und hat irgendwas gemacht, weil er nicht musikalisch ist und keinen Bock auf Musik hat. Hm. Ja gut. Wegen des Geldes. Geiler Typ. Und das ist so ein großer Skandal jetzt gewesen, ja? Ich meine, 3000 Euro Strafe oder was hat es denn erzählt? 3000 Euro. Was? 3000 Euro. Ist für die vielleicht nicht so viel. Ich weiß ja nicht, was die für Vermögen haben und Einkommen haben. Aber das ist schon eine fette Summe. Wie funktioniert das eigentlich bei diesem Clan? Also, das ist ja jetzt einer von den Söhnen quasi. Der Urvater, der ist ja schon tot quasi. Ja, die Mutter auch. Die Mutter irgendwie auch schon lange. Und jetzt haben die eigene Kinder. Wer von diesen neuen Eltern darf denn jetzt quasi unter dem Banner Kelly Family weitermachen? Wie macht man das denn? Oder ist das dann irgendwann, weißt du, in fünf Generationen sind das dann wirklich 1000 Leute auf der Bühne und alles ist die Kelly Family. Dass sie mehr auf der Bühne haben als vor der Bühne? Ja. Doch. Das sind, glaube ich, noch die von früher. Und die bringen ihre Kinder mit. Also, es ist schon so, wer Lust hat, darf unter dem Namen Musik machen. Und die machen auch immer noch Musik. Ekelhaft. Ekelhaft. Da ist irgendwo ein Nest. Und das vermehrt sich. Stell dir das mal vor, Alter. Irgendwann das ganze Land nur Kelly Family. Ja. Wenigstens können die alle irgendwie singen. Weil singen können die wirklich. Das kann man denen ja nicht vorwerfen. Ich finde die Musik auch nicht so spannend. Ich kenne Leute, die würden da dagegen argumentieren. Also, gerade bei, ähm, nicht Let It Be, glaube ich, oder? Doch, ich glaube, Let It Be. Da gibt's, da singen ja alle mal. Und da gibt's so Momente, wo du dir denkst, okay, also, den habt ihr jetzt aber nur mal singen lassen, damit jeder mal darf. Vielleicht, aber so der Großteil, also, wenn ich so denke an diese großen Hits, die sie hatten, äh, Fell in Love with an Alien und, äh, Angel und so, das waren schon Banger und die konnten auch auf jeden Fall singen. Die zumindest, die das Front gesungen haben. Na gut. Meine Meinung. Ich möchte dir das nicht zerstören. Wie gesagt, ich hab ja selber eine Kelly Family Mütze. Mag sein, dass da eine leichte Ironie im Spiel ist, aber tolle Band. Ganz, ganz toll. Und, was ist noch so toll? Ich habe von einem neuen Wort erfahren diese Woche. Oh. Ach du Scheiße, Alter, jetzt, oh, jetzt hab ich mich aber erschrocken. Hier ist grad MCM an meinem Handy angegangen. Wie konnte denn das passieren? Wörter, die man nie hören möchte. Ähm, ich habe das neue Wort Ecoside kennengelernt. Also wie Genocide, nur halt mit Öko. Ja. Es gibt quasi, äh, das, äh, den Vorschlag, dass man Umweltzerstörung als ein internationales Verbrechen ansieht. Ja, hab ich gesehen bei Marc Benickel, der hat das gepostet bei Instagram und Facebook, dass, äh, er dieses Wort auch gern verbreiten möchte. Gefällt mir. Ja. Weil es noch keine Straftat ist. Muss man dann gucken, dass das dann nicht irgendwie, also es wäre halt sehr ratsam, wenn man da wirklich den Fokus auf große, große, ähm, Dingsens legt, große, große, ähm, wie sagt man denn, Alter, Firmen und Konzerne. Ja. Dass dann nicht plötzlich irgendwie, weißt du, 3000 Euro Strafe, weil du mal irgendwie eine Dose fallen lassen hast oder so. Wenn das in diese Richtung geht, wird halt der, der zivile Support dafür super gering sein. Wenn du mich fragst, wird es dazu in den nächsten Jahrzehnten nicht kommen. Ich glaube, dass die Konzerne so viel Macht haben und so krass in der Politik drinstecken, dass das niemals durchgeführt wird. Weil die ganzen großen Firmen, ja, wie Nestlé und wie, wie sie alle heißen, die sind ja schon sehr mächtig und sehr riesig und verpesten so krass die Umwelt und nehmen Leuten die Arbeit weg und das Trinkwasser weg. Das werden die, äh, so schnell nicht sein lassen. Ja, außer wir zwingen sie. Ja, aber wie gesagt, wir sollen das machen, wenn nicht die Politik so und, oder der Verbraucher, ja, der kann ja auch was machen, wenn der Protest immer größer wird. Und ich habe auch gehört, dass, dass bei Nestlé die Einnahmen sehr, sehr krass gesunken sind in den letzten Jahren durch dieses Bewusstsein dafür, was sie eigentlich der Umwelt und den Menschenrechten antun, kann schon sein. Und man sieht es ja auch in den Regalen, dass ja immer mehr vegane Produkte auftauchen. Echt fast alle großen Firmen haben eine ganz breite Palette an veganen Produkten inzwischen. Und vor fünf Jahren hieß es noch so, ja, Veganer werden eh nichts verändern. Und jetzt werden so Firmen wie Rügenwalder aufmerksam und wollen sogar ihr ganzes Sortiment vegan, auf vegan umstellen. Das finde ich halt großartig, dass das so ist. Ja, muss ich trotzdem mal zwischengrätschen. Ich weiß nicht, welcher Verein das ist, irgendein Supermarkt. Ich hasse ja generell jede Werbung, aber der geht mir richtig auf den Sack. Und ich weiß nicht, also das ist irgendein Supermarkt XY und dann geht es so, weil vegan keine Nische mehr ist. Also ja, ist alles fein. Das ist wahrscheinlich einfach nur, weil eine Werbung mir das sagt, weil ich grundlegend alles hasse, was Werbung ist. Fickt euch alle. Je öfter ich eine Werbung von euch höre, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ich jemals bei euch einkaufen werde. Und ich hoffe, das tun mir alle gleich so. Ja, ich wollte das nur kurz erwähnen und meinen Hass loswerden. Dann bin ich ein bisschen anders. Mich hat Werbung manchmal auch getroffen. Wie von, aber auch nicht lange, aber dieser zum Beispiel, dieser Spotify-Konkurrent, dieser, hatte so einen geilen Werbespot damals gemacht. Dieses, hört auf, was du willst, dass ich dann ungeschränkt bin zu dieser ganz kurz. Fand es dann scheiße, wenn wir das zu Spotify gewechselt haben. Aber prinzipiell hat diese Werbung dafür gesorgt, dass sie für mich sympathisch waren und ich das dann supporten wollte. Ja, fällt mir halt gerade nicht so ein, aber ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen negativ gebiased. Ja, aber kann funktionieren. Das heißt, ich verstehe vor allem bei YouTube-Werbung nicht. Und ja, ne, ich weiß, ja, Adblocker ist mir, ja, lässt mich in Ruhe kurz. So, wenn ich dann aber mal unterwegs mit dem Browser bin, ja, und mir was anhöre, also mit Handy, dann kriege ich 200 Mal die gleiche Werbung. Das kann nicht clever sein. Also ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, welcher Algorithmus oder wer da wie Geld reinpumpt. Ganz ehrlich, nee, also das muss doch jedem auf den Sack gehen. Ja, ganz schlimm ist ja... Wenn man immer wieder das Gleiche hört, so. Und es gibt halt auch meiner Meinung nach so wenig Werbung, die nicht... Also du hast ja dieses, die ersten 5 Sekunden müssen dich übelst catchen, so, ne, damit du dran bleibst sozusagen. Das ist ja bei Werbung genauso. Und dann, das sorgt nur dafür, dass die ersten 5 Sekunden von der Werbung dir so hart auf den Sack geht. Und dann die allerschlimmsten sind, Alter, die allerschlimmsten sind die, wo einfach nur so ein Typ auf dem Dach steht und irgendwie sagt, wow, wow, oh, jetzt würdest du am liebsten gerne diese Werbung wegdrücken, oder? Und dann halt dein Maul, Alter, dann drücke ich erst recht weg, ey. Das geht mir alles so auf den Sack. Dieses, dieses, dieses vermeintlich intelligente, ich outsmarte dich jetzt, indem ich dir irgendwann was sage, damit du nicht die Werbung skippst. Halt dein Maul, Alter. Werbung ist echt der Pest geworden, gerade auch auf YouTube. Und noch schlimmer finde ich aber, die ProSieben Mediathek, ich weiß gar nicht, ob die so einen Namen hat, ProSieben Plus oder so. Aber da musst du echt vor jedem Video erst mal 5 Spots angucken, die du nicht überspringen kannst. Und auch zwischen den Sendungen nochmal, da gibt es dann 3, 4 Werbeunterbrechungen. Das ist ganz, ganz schlimm. Okay, also da gucke ich ja eh gar nicht rein, so Fernsehen und so. Das ist nicht meine Welt hier, nur da bin ich, da bin ich einfach zu modern, weißt du. Nee, aber, also, ja, gehe ich mit. Und ganz schlimm finde ich es tatsächlich bei manchen, ich weiß nicht, in Deutschland ist es wahrscheinlich noch nicht so, aber so manche internationale Websites, die haben das so richtig räudig, Alter. Die haben das, dann musst du etwaige Adblocker ausstellen, die ich natürlich niemals verwenden würde, um die Artikel überhaupt sehen zu können. Dann haben die eine Headline, wo es irgendwie heißt, New Video Shows, gab es diese Woche ein richtig gutes Beispiel. Mike Pence, der quasi evakuiert wurde bei der Insurrection hier, bei dem, am 6. Januar beim Kapitolgestürme. So, dann guckst du dir zwei Werbungen an, dann siehst du das Video, das 10 Sekunden geht, wie Mike Pence eine Stufe, also eine Treppe runter geht mit seinem Secret Service und sich kurz umdreht. Und das Video ist vorbei und dann kommen wieder zwei Werbungen. Und ich denke mir, Alter, warum habe ich denn, warum ist das überhaupt eine News? Warum ist das eine Nachricht, dass ein Mann eine Treppe runter geht? Ja, okay, der ist evakuiert worden aus dem Kapitol, interessant. Aber da muss man doch keinen Nachrichtenartikel drüber schreiben. Nee, eigentlich nicht. Es bringt halt Klicks, darfst du nicht vergessen, seitdem YouTube so kommentarisiert ist, kann man mit so einem Scheiß halt Geld machen, ohne Ende. Ja, war ja nicht YouTube, war ja irgendwie, weiß ich nicht, Independent Co. Ach so, ja, oder so ist egal, aber diese ganzen Portale, überall ploppt Werbung auf und Cookies, die du akzeptieren musst und so ein Scheiß. Es ist furchtbar anstrengend geworden, online zu gehen. Das ist so anstrengend geworden, online zu gehen. Es ist hart, es ist wirklich sehr hart. Ja. Für mein zartes Seelchen. Ja, Tino, was hast du noch so am Start? Ich will ja jetzt hier nicht mit einem großen Trump-Segment schon anführen, weißt du, beziehungsweise Impeachment Nummer zwei, was auf jeden Fall wieder ein Krimi ist. Ich konnte es nicht so viel gucken, wie ich hätte gewollt. Aber das würde ich dann doch nach hinten anschieben. Ich habe noch ein paar schöne Sachen. Also eins ist zum Beispiel, dass ein YouTuber bei einem Prank erschossen worden ist, also ein Kollege von dir sozusagen. Ach, fuck, ja, Alter, das habe ich mitgekriegt. Ich habe es vergessen aufzuschreiben. Jaja, der hat sich irgendwie ein Messer genommen und ist dann auf irgendwelche wildfremden Menschen zugestürmt, wollte die irgendwie erschrecken, in den USA. Und ich denke mir, Alter... Ja, Mörder-Gag auf jeden Fall. Da, wo jeder halbe Mensch eine Pistole bei sich trägt, so, oder jeder Viertelmensch sogar, eine Pistole bei sich trägt, so einen Prank durchzuziehen, das ist prinzipiell jetzt eher so leichtsinnig, um es mal so auszudrücken. Und er ist tatsächlich von einem Mann erschossen worden. Aus, äh, ja, aus Angst, aus Reflex einfach, oder aus, ähm, ja. Und jetzt ist er halt tot. Und alles sind schockiert. Ach so, jetzt ist er tot, nachdem er erschossen wurde. Alles sind schockiert und es gibt auch so, so... Das ist eine schicksalhafte Wendung. Ja. Und es gibt so Instagram-Seiten, wir lassen seinen, äh, ihn doch mal aufleben und so. Hm. Ja, klar, so... Dummheit, so, also auch wer aus Dummheit stirbt, es ist trotzdem schade, wenn jemand stirbt, so, auch so jung. Aber ich weiß nicht, es gibt so Dinge, die sollte man nicht tun. Sterben zum Beispiel. Sterben, finde ich ganz, ganz ätzend. Ja. Äh, ja, also muss ich, muss ich aus künstlerischer Sicht auch sagen, so ein, so ein, ich greife dich mit Messer an, Prank. Das ist schon, also da sind so viele Böden des Humors. Also wirklich, ich lache mich tot. Es ist einfach billig. Also ich würde mir sowas nicht mehr angucken wollen, wenn das schon steht, so... Es ist so billig, das ist so mies, billig. Das hat ja damals angefangen, da, 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 das hat ja eigentlich dafür gesorgt, dass, dass wir so ein bisschen auf, wir verarschen uns selbst statt Amnache gegangen sind. Hm. Weil, ähm, Vitali damals, also der macht heute irgendwie so, so Porn-Scheiß irgendwas. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Der macht halt irgendwas mit großbrüstigen, halbnackten Frauen. Hm. Äh, ist hinter einer Paywall, deswegen kenne ich mich nicht aus. Ähm, auf jeden Fall hat der 2011, ähm, angefangen. Das erste, genau, das erste war Miami-Zombie-Prank. Da gab's diese, diese Krokodil-Droge, die damals im Umlauf war, die angeblich Leute so zu Zombies macht, so. Genau. Und das hat er verarscht, ist dann halt als Zombie rumgelaufen. Das war ja auch noch ganz witzig, aber dann hat er angefangen, so mit, mit Kettensägen und so durch The Hood zu gehen. Und das war halt völlig absurd. Also, an dem Punkt dachte ich mir, okay, aber das ist jetzt nichts, was ich machen möchte. Leuten irgendwie den Eindruck vermitteln, dass sie jetzt gleich mit einer Kettensäge zersägt werden. Und da dachte ich, nee, dann, dann machen wir an dieser Stelle hier einen Schnitt und, und entwickeln uns etwas in eine andere Richtung. Das war ja schon bei diesen Killer-Clown-Geschichten so gewesen, dass, ähm, da Menschen irgendwie mit Kettensägen da kleine Kinder verfolgen. Und ich weiß nicht, wo daran der Gag, der Gag sein soll. Hm. Hm. Kleine Kinder, jetzt brauchen wir doch irgendwas für das Intro, vor dem, auf Intro, äh, kleine Kinder, Jo, Olli, äh, Sex. Hast du nicht gesagt, hast du nicht gesagt. Und das hier im laufenden Podcast, Robin, ich stelle alles hier in Frage. Ja, hätte ja Olli das mal gemacht. Das ist noch voller Aufreißer, das Aufreiß-Eintro. Ich hab noch, äh, weiß nicht, ist dein Amerika-Blog sehr lang, weil wir sind noch in der Hälfte. Nee, nee, mach nur, gönn dir. Geil. Also, ich find das immer schön, dass du hier mit Wrestling und Kelly Family und so einem Zeug ankommst. Das ist, das ist auch mal was. Ja, Wrestling-News hab ich gar nicht großartig. Außer, dass es jetzt ein, ein, ein Trans-Outing gab von einem, ich weiß es nicht, hab's nur am Rande verfolgt. Ein WWE-Superstar ist jetzt eine, eine Transfrau sozusagen, hat sich geoutet nach vielen Jahren. Und ich war überrascht vom Feedback, dass viele, viele Wrestling-Fans unter diesem Posting Herzen gepostet haben. Und, oh, äh, viel Glück für deinen Lebensweg und so, das ist ja mutig. Und, äh, dass die Wrestling-Community offenbar viel toleranter ist, als man das so dachte vorher. Hm. Ein aufgeschlossener. Sonst hab ich noch andere großartige News, zum Beispiel das Thema Querdenker-Demos sollen, ähm, nachweislich nach einer Studie 21.000 Menschen mindestens angesteckt haben. Wir haben jetzt quasi schwarz auf weiß durch eine, eine Studie, dass die Inzidenz gestiegen ist durch die Anti-Maßnahmen-Demonstrationen. Okay, also 21.000, muss ich aber sagen, das hört sich jetzt erstmal relativ wenig an, auf 2,3 Millionen Gesamtfälle gerechnet. Ja, mindestens, wie gesagt. Das sind die, die sie nachweisen konnten. Sie haben so ausgewählte Demonstrationen genommen, so Großdemonstrationen, haben versucht, so Infektionsketten nachzu, ähm, ja, nachzuweisen. Und konnten das bei 21.000 halt klar festmachen, dass es daran lag, dass halt Menschen, die auf der Demo waren, sich angesteckt haben und andere ansteckten wiederum. Äh, vor allem in den, in den Busfahrten dahin. Weil die hatten ja auch so Shuttle-Busse teilweise. Oh, das find ich sehr spannend, weil... Hätten die mal sich in Shuttle-Up-Busse gesetzt. Tja. Oder wären hingelaufen. Äh. Ja, Leute, ihr merkt's vielleicht. Also A, ich bin etwas müde. B, wir haben nicht die besten Umstände. Vielleicht habt ihr's schon mitbekommen und hört Tino im Hintergrund leise, weil ich's irgendwie verkackt habe. Ich habe nämlich keine Kopfhörer mehr. Geht mir richtig auf den Sack. Wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich von so einer komischen Mauer gesprungen bin in den Schneehaufen rein. Dafür hab ich meine Kopfhörer an ein Straßenschild gehangen. Und war dann scheinbar so abgelenkt vom Video, was ich da aufgenommen habe, dass ich meine Kopfhörer da hab hängen lassen. Am nächsten Tag bin ich wieder hin und sie waren weg. Also vielen Dank an die Leute, die irgendwie fremde Kopfhörer da wegnehmen. Was soll die Scheiße? Die waren halt wirklich so platziert, dass es aussieht, als hättet die jemanden im Schnee gefunden und hättet die da hingehangen für die Person, die sie brauchst. Also, Tino, würdest du dir fremde Kopfhörer aufsetzen? Ich find das ein bisschen ekelhaft. Nee, also nicht die In-Ear-Dinger. Auf keinen Fall. Ja, es sind keine In-Ear, aber trotzdem. Na dann? Nö, dann nicht. Dann würdest du sofort einstecken. Na gut. Also, Tino, rück bitte raus mit der Scheiße. Würde ich nicht machen. Ich lass so Zeug immer liegen. Außer an solchen zu verschenken boxen. Wenn manchmal so coole Bücher sind oder, keine Ahnung, Tampons. So, und dann noch. Ich hab nämlich, Tino, gestern 4 Uhr nachts eine Nachricht geschrieben. Äh, Tino, mein Schlafrhythmus kann sein, dass du auch anders kannst. Oder kannst du wirklich nur früh um 11? Wenn du nur früh um 11 kannst, ist gar kein Thema. Ich bin am Start. Wie sich rausstellt, Tino kann nur früh um 11. Es klang viel schlimmer. Pass auf. Ich hab halt auch um 4 nicht sofort gepennt. Aber egal. Egal. Genug des Bubu. Aber apropos Instagram. Mir fehlt noch ein Follower für die 800. Also, liebe Zuhörer, geht auf Instagram und folgt mir. Ich will 800 Follower haben. Geil. Ich will auch 800 Leute. Alle, die jetzt zuhören, bitte defollowt mir mal. Nee, es ist mir an sich, es ist mir echt völlig egal. Aber seit einem, weiß ich nicht, einem halben Jahr kratze ich immer an diese 800. Und wenn ich kurz davor bin, entfolgen mir wieder 10 Leute nach einem Posting oder nach einer Story. Und es nervt mich unheimlich. Oh mein Gott, Tino. Lass alles stehen und liegen. Weißt du, was passiert ist? Breaking News. Chopper aus Osaka gefällt mein Video. Was der? Ja. Chopper von den Osaka Deggers. Oh mein Gott. Ich bin so ein Fan von denen. Ich hab alle ihre DVDs. Weißt du, wer das ist? Ja klar. Du weißt doch immer alles. Weißt du, was der macht? Nee. Also, es gibt einen legendären japanischen Skater. Das ist Gumi Yagi. Ach, der Skater. Der fährt zum Beispiel ohne Grip Tape und so und ist super kreativ. Ja, cooler Typ. Der Gumi Yagi ist eigentlich nur halb geil. Denn Chopper ist meiner Meinung nach der bessere von beiden. Also, der kreativere. Chopper ist aus Osaka. Ich weiß nicht, ob Gumi Yagi auch von da ist. Also, ich weiß nicht. Japanische Skater generell, die sind halt so richtige Kreativbolzen. Ich liebe das. Und Chopper ist halt aus Osaka. Und dem gefällt mein Video. Wow. Geil. Ich habe jetzt japanischen Approval. Du warst ja mal in Japan, ne? Hab ich gehört. Ich war mal in Japan, ja. Ich freue mich sehr für dich, dass du solche tollen Instagram-Erfolge feiern kannst. Der ist halt jetzt auch schon irgendwie ein paarundvierzig. Aber der hat mir jetzt auch gesagt, dass der in ein paar Monaten einen neuen Part raushaut. Und der ist so ein geiler Typ, Alter. Chopper. Chopper. Einfach Chopper. Gibt es auch so eine Art Skater-Rente, dass man irgendwann aufhören muss? Ich weiß nicht. Also, Tony Hawk hat ja jetzt vor kurzem... Geil, dass ich jetzt die Skate-News mache, während du immer die Wrestling-News machst. Ja, gerne. Tony Hawk hat vor kurzem nochmal ein 720 gemacht. Und er meinte, vermutlich der letzte in seinem Leben. Das war jetzt mit 52, glaube ich, ist er. Der ist 52, genau. Und 1,90 groß. 1,91. Ja. Ganz wichtig. Und von daher, also, denke mal, bis 50 geht das schon noch. Also, es gibt noch einen Steve Caballero, der ist, glaube ich, 54. Der fährt auch noch. Natürlich entspannter als früher. Aber ich denke mal, 50 ist so ungefähr die Grenze. Ja. Wo dann zumindest nur noch teilweise, weißt du. Also, Tony Hawk ist ja dafür bekannt geworden, den 900 als erstes gestanden zu haben. Das heißt, zweieinhalb komplette Rotationen. Und jetzt mit 52 hat er nochmal zwei Rotationen gemacht. Ich glaube, mit 50, also vor zwei Jahren hat er nochmal den 900 geschafft. Aber auf den hat er halt keinen Bock mehr. Er sagt, er dreht sich langsamer und so. Und, äh, ja. Ich weiß nicht, ob es was anderes ist mit Streetfahren. So. Ob man da, also. Und das, was so Leute wie Chopper machen, das kannst du halt auch mit 70 noch machen. Das ist halt richtig geil. Da sind halt wirklich so Sachen dabei, äh, ich schnipp's mir mein, mein Brett in die Hand, leg's mir auf den Kopf, dreh's da drei Runden im Kreis und geh wieder drauf. So. Das ist einfach, es ist einfach geil. Ich brauch nicht irgendwie das 300. Mal sehen, wie Leute irgendwo Stufen runterspringen. Ja, mit dem 300, 300. 360 Flip. Das ist langweilig. Ich will Dinge sehen, die ich noch nicht gesehen habe. Und Chopper zeigt dir in jedem Clip was Neues. Wow. Innovatizer. Ist so. Gut, genug generdet. Wie sind wir da jetzt eigentlich drauf gekommen? Äh, ich weiß es nicht genau. Ach so, weil er das geliked hat. Ich dachte, das war irgendwas. Ja, Instagram war das Thema, genau. Ja, genau, Instagram. Deswegen war ich auf Instagram. Eici. Geil. Ähm, apropos Latten. Keine Ahnung. Geil Latten. Joey's Jungle. Das Thema. Joey's Jungle. Oh, Redakteurin, ja. Hast du es mitbekommen, dass er ein großes Coming-out-Video hatte? Oh, also wenn ich das jetzt sage, stehe ich wieder als der übelste Homophob da. Ja, sag, los. Komm. Nein, also das hat man doch kommen sehen. Warum? Also ich kenne nichts von dem. Pass auf. Ich habe 2017, glaube ich, war das, war ich auf den Videodays und habe da so zwei Minderjährige auf Englisch gefragt, was ihre Lieblings... Also ich habe hier diesen Skodran Kastrati gemacht oder wie er heißt und habe die halt gefragt, was die Lieblings-YouTuber sind von dem. Und die haben halt gesagt, Joey's Jungle und ich dachte aber, die meinen Joyce, ja, Joyce Eek. Ah, ja. So. Und, ähm, mega dumm auf jeden Fall. Aber dann habe ich dann irgendwie ein Jahr später gerafft, warte mal, Joey's Jungle, sagen die ja. Und habe dann nachgeguckt, habe mir den angeguckt, sofort Backflip raus aus dem Kanal, weil das so hyperaktive Scheiße war wieder. Auf die ich überhaupt keinen Bock habe. Und, ähm, da war mir aber klar, okay, ähm, der ist vermutlich homosexuell. Ja? Ah, ja. Also ist mir ja persönlich egal, aber die Diskussion hatten wir ja auch schon mal. Warum, warum gibt es da so Leute, die, die halt so sind, dass man sich sagt, ja, vermutlich. Ja, es stimmt schon, es gibt so Menschen, da kann man das so ein bisschen eher ansehen. Stimmt, da gehe ich mit, aber man kann sich auch voll irren. Also mein Gay-Radar ist sehr unzuverlässig. Okay. Und mich, und mich betrifft es ja auch zur Hälfte, ja. Das ist voll ätzend. Ja, also Joey's Jungle, ich, ganz ehrlich, der geht komplett an mir vorbei, aber ich sehe gerade das Coming Out, oh. Oh, das hat zwei Millionen Aufrufe, holy shit, Alter, bei dem geht es richtig ab. Und es gab ganz, es gab ganz viele Reactions von Rezo und wie sie alle heißen, die haben alle drauf reagiert und das war offenbar ein Riesending. Also ich weiß nicht. Alter, vor allem drei Videos vorher steht, ist hier, ich gucke mir gerade die Thumbnails an, drei Videos vorher ist eine Nacht im Bett mit 24 Tim, ich weiß nicht, ob das ein Format von ihm ist, aber das sind halt zwei oberkörperfreie, nackte Leute. Also hätte man vielleicht kommen sehen können, ja. Ja, aber jedenfalls war das halt ein riesiges Thema und ich dachte auch, dass Coming Out Videos vor fünf Jahren auf jeden Fall noch krasser waren und ich hätte gedacht, dass nach dem Video werden viele sagen, okay, Glückwunsch, weiter geht's, aber es hat ja riesige Wellen geschlagen und es war ja auch für ihn, ich habe das Video auch gesehen, es war ja auch für ihn ein riesiges Thema, sich zu outen, weil er ja auch, er kommt ja hier aus der Nähe, das wissen ja auch die wenigsten, glaube ich, dass er hier, er ging auf meine Nachbarschule damals und er hat wohl auch beschrieben, dass er viele Freunde, Bekannte hatte, die offenbar nicht so homofreundlich eingestellt waren und wo deswegen auch bei ihm die Angst verankert war, sich zu outen und er so lange gebraucht hat, um jetzt öffentlich dazu zu stehen und er muss jetzt halt ein paar Jahren einen festen Freund haben, mit dem auch zusammengezogen ist und das wussten wohl auch nur seine engsten Freunde und seine YouTube-Kollegen, so wie Weezo, die mit ihm rumgehangen sind und Videos gemacht haben. Ja, also ich sage mal, es ist ein Wechselspiel, weil, also es geht mir in vielerlei Hinsicht auf gesagt, dass das halt noch so ein Thema ist, also dass das so ein Hype-Thema ist, weißt du? Es sollte, finde ich, kein Hype-Thema sein, aber es ist ja auch, dadurch, dass es immer noch Leute gibt, die sich da halt richtig einkacken bei Schwulen und so, ist es völlig okay, dann macht halt euer Coming-out und lasst euch auch dafür feiern, das ist völlig fein, aber es ist halt dumm, dass es noch so ein Thema ist, weißt du? Ja, leider, man sieht es ja auch. Es macht ja niemand ein heterosexuelles Coming-out, so. Was ist das für eine Scheiße? Weil es auch kein Problem ist, ja, also man sieht es ja auch in den Reaktionen von solchen Videos, wie damals bei Miguel Pablo oder wie der heißt, dass es ja durchaus auch Kommentare gab, die nicht so gut waren. Klar, er war auch sehr unklaubwürdig und er war ja auch am Ende gar nicht wirklich schwul, aber du siehst ja trotzdem, dass so ein Outing auch viel Gegenwind mit sich bringt. Ja, das meine ich ja, das ist halt dumm, dass das noch so ist, also es ist halt völlig absurd. Stell dir mal vor, es wird sich jemand, das ist eigentlich fast witzig, oder? Ein schönes, ein schönes Hetero-Coming-Out, Leute, ich muss euch was sagen, ich mag Vagina. Ja, das gab es mal in den 80er Jahren, glaube ich, so ein Sketch, ich weiß gar nicht, wie die Truppe hieß oder wie die Band hieß, aber es gibt einen Song, der heißt I Don't Wanna Be a Homosexual, wo auch so ein Intro ist, wo eine Mutter halt sagt irgendwie, willst du nicht endlich mal Jungs treffen und so und das Leben von Heterosexuellen ist so langweilig und es würde mir besser gehen, wenn ich wüsste, dass du einen schönen Mann hast und ja, das ist, gab es schon immer solche Umkehr. Ja, aber das zeigt doch einfach nur, wie dumm das ist, also das, das ist auch, sollten nicht alle einfach machen, das ist alles. Ja, also wenn alle so denken würden wie du und ich, wäre das ja alles kein Ding, aber es gibt halt doch viele Menschen, die das halt schlimm finden, wenn jemand homosexuell ist. Ja, deswegen ist es schon noch ein Statement und auch für viele junge Leute, die auf dem Dorf wohnen, also ich kenne das ja von, ich habe auch letztes Jahr den Weimarer CSD mit organisiert und wir hatten da auch zwei Jungs am Tisch, die, also im Orga-Team, die aus dem Dorf kamen und sich nicht outen, die halt mal als beste Freundin eine WG haben auf ihrem Dorf, weil sie Angst vor Repressionen haben und sie haben halt sich gewünscht, dass man auch mal auf Dörfer geht und da so Veranstaltungen macht, klar, wir so, die in Städten wohnen, ja auch wenn es eine Kleinstadt wie Weimar ist, aber, also vergleichsweise eine Kleinstadt, da ist es relativ okay und wenn da zwei Männer oder zwei Frauen Händchen halten, juckt das keinen, aber auf so einem Dorf bist du halt ganz schnell abgeschrieben und ich kenne das ja auch von meinem Heimatdorf, das war ja da ähnlich, da wurden auch so Schlagersänger wie Patrick Lindner als Schwuchteln bezeichnet und dass man die ja nicht spielen will auf Dorfdiscos und so, das ist schon hart. Ja, man muss ja dazu sagen, also es ist ja auch relativ viel jetzt passiert, so irgendwie vor 50 Jahren oder na gut, war da eher so 60, 70, da sah es jetzt vielleicht noch ganz anders aus, Alter. Alan Turing, den wir den PCV danken quasi, mit dem wir hier gerade aufnehmen, der wurde noch, Alter, der wurde halt chemisch sterilisiert, weil er schwul ist, so. Was sinnlos ist, ne? Also das ist gar nicht so lange her, sag ich mal, darum geht's halt und dann ist okay, so, dann ist okay, dann mach dein Coming Out. Das verstehe ich gar nicht, warum werden denn sexuell investiert? Der Kanal gibt mir gar nichts, die Person gibt mir übelst, oder seine, seine Internet-Persona geht mir richtig hart auf den Sack, von allem, was ich davon kenne, was nicht so viel ist, ähm, aber er ist ja völlig unabhängig davon, dann, dann macht halt ein virales Video. Das war aber, guck mal, ich fand's genauso dumm, als Bibi verkündet hat, dass sie schwanger ist, dass das, Alter, Changes, ich kotze. Warum hat das denn so viele, das hat bestimmt irgendwie 10 Millionen Aufrufe, ich guck jetzt nach Changes, Bibi, 8,8 Millionen Aufrufe, ja gut, die ist schwanger, das passiert jeden Tag eine Milliarde Mal, Alter, das geht mir so auf den Sack, oh, na gut. Die freuen sich halt, die Leute, wenn sie schwanger sind und dann posten die das und ja, ist vielleicht jetzt für Menschen wie mir und dir Rille, ob Bibi schwanger ist, aber ihre vielen Fans, wird das ja schon irgendwie auch eine nützliche Information sein, keine Ahnung, ich find's auch nicht spannend. Naja, ich hab da ja einen guten Song drüber geschrieben, dass Julian jetzt seinen Sperma in die Bibi getan hat, ich glaube mittlerweile ja ein zweites Mal, vielleicht ist auch schon das dritte unterwegs, mir könnt's egaler nicht sein. Die haben zwei Kinder, ne, genau, stimmt. Jetzt hast du's auf jeden Fall doch geschafft, dass wir über diese, diese YouTube-Scheiße hier reden. Ja, ist doch schön. Freue ich mich. Okay, hast du noch irgendwie was ganz Wichtiges oder soll ich mal irgendwie mit dem Impfeaturement so ein bisschen anfangen? Ich würd nur zwei Sachen noch ansprechen, nur ganz kurz. Also zum einen Alice Weidel von der Partei, wie heißt sie nochmal, AFT, muss ich öffentlich entschuldigen, denn sie hat wohl eine Lüge verbreitet auf Twitter. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, es kommt selten vor, dass solche Menschen Lügen verbreiten, aber bei ihr ist es diesmal aufgeflogen und sie muss behauptet haben, dass ein Ordnungsamt wohl Undercover-Einsätze gemacht hätte bei Bäckereien und die sind dann ohne Maske, also ohne Mund-Nasen-Schutz in eine Bäckerei gegangen und haben quasi gewartet, dass sie darauf hingewiesen werden, die Maske aufzusetzen, was nicht passiert ist und dann haben sie der Bäckereifachverkäuferin angeblich ein Bußgeld ausgestellt. Und das hat Weidel verbreitet, aber das gibt's gar nicht. Also erstens gibt's Bußgelder... Die haben dir Bußgeld gegeben. Ich glaub, das war eine Verwechslung. Ein was? Die haben dir bestimmt Bußgeld gegeben. Bußgeld, damit sie nach Hause fährt. Ja. Das war die eigentliche Wahrheit. Oder die dritte Variante ist, dass es Menschen... Also es gibt nur Bußgelder für Menschen, die die Masken nicht tragen, aber nicht für Menschen, die das nicht aufmerksam machen. Also es geht gar nicht, dass diese Verkäuferin Bußgeld bekommen würde. Und in diesem Fall gab's niemals. Das Ordnungsamt hat wohl auch dann Anzeiger stattet oder gedroht damit und da musste sich Weidel jetzt entschuldigen dafür. Und das finde ich nur als spannendes Beispiel irgendwie... Also ich möchte ganz gerne einmal die Woche wenigstens so ein paar Sachen einstreuen von der AfD, damit ich nicht vergessen werde. Ja, ausnahmsweise ist das okay, ne? Ausnahmsweise. Was für ein Pinocchio-Verein das ist. Witzig. Und ich will noch aufmerksam machen darauf, dass wohl mindestens 22 Obdachlose erfroren sind, während ganz viele Hotels leer stehen. Das finde ich nicht schön fürs Protokoll. Das habe ich mir auch gedacht. Ich stand vor dem Kaiserin-Augusta-Hotel beim Bahnhof und das war zu. Das hat mich vorne beim Eingang, der Eingang sieht so ein bisschen Skatebar aus. Deswegen stand ich da ein paar Minuten und habe gesehen, dass das komplett zu ist. Ich dachte, das wäre auch für Geschäftsleute noch so, wie jedes Hotel, aber scheinbar nur ausgewählte in Weimar. Und da dachte ich mir, Alter, was da alles gerade freisteht, das ist ja total dumm. Das ist alles dumm. Aber ich meine, guck mal, wenn die erfrieren, sterben sie wenigstens nicht an Corona. Ja, stimmt. Das ist doch ein toller Nebeneffekt. Ja. Naja, ein toller Nebeneffekt von der Trump-Amtszeit ist, dass wir schöne Gerichtsverfahren live verfolgen können. Ganz großer Spaß. Übrigens, ich leite mal ein mit einer kleinen Frage. Jared Kushner und Ivanka Trump, ja? Die haben ja im Weißen Haus gearbeitet, weil lupenreine Demokraten machen das so, ihre ganze Familie mit in den ganzen Apparat reinholen. Was schätzt du, wie viel die ungefähr verdient haben innerhalb dieser vier Jahre? Na, bestimmt so fünf Millionen. Mhm, okay. Also sind beide zusammen, deswegen ist es ein bisschen mehr, aber... Zehn Millionen. Bitte? Zehn Millionen. Hm? Sechshundertvierzig Millionen. Ach du Scheiße. Ja, ja. Großartig, oder? Ey, die haben Trump noch gefeiert dafür, dass er sein Gehalt nicht annimmt als Präsident. Nur so ein formelles Gehalt von einem Dollar annehmen würde im Monat oder im Jahr, keine Ahnung. Und dann fließen die Gelder aber an die Familie. Auch spannend. Ja. Muss man natürlich dazu sagen, dass das nicht 100% konfirmte Zahlen sind, sondern ein grober Schätzwert, so bis zu 640 Millionen. Aber da kann man schon mal davon absehen, dass es definitiv nicht nur 5 Millionen sind. Ja. Sondern, ich sag mal, mindestens 100 Millionen sein müssten. Und das Geld fehlt dem Volk jetzt. Lupen rein. Wirklich alles, alles lupen rein. Wie auch die Verteidigung, die Trump jetzt zu Felde führt. Es gibt gute Memes darüber, wie irgendwie so Clowns zum Beispiel. Das war, glaube ich, sogar, hat jemand in der Oase gepostet, wie Clowns da so lustig einen Weg lang gehen. Und das sind dann die Verteidigungsanwälte von Trump. Weil der erste Tag vom Impeachment, der war richtig absurd. Da haben die die ganze Zeit nur Scheiße gelabert. Also wirklich, das sind, auf der einen Seite sind quasi Senatoren, die die Impeachment-Manager sind, die quasi dafür argumentieren, dass Trump schuldig ist. Und auf der anderen Seite sind seine Anwälte. Und am ersten Tag ging es so, ja, also, ich weiß, dass viele Senatoren ihr, das Land, was sie, also den Staat, den sie vertreten, dass sie dem sehr gute Gefühle gegenüber haben. Und ich selbst habe ja auch mit manchen Senatoren ein sehr gutes Verhältnis. Und nur so Geschwabbel, Alter, was überhaupt nichts halt mit dem Fall zu tun hat, komplett am Leben vorbei. Und das Bittere ist, dass, also es ist erstmal sehr witzig, dass jetzt beide Seiten so Video-Compilations und Zusammenschnitte und so anführen. Also, die Zukunft ist now, ja. Das ist quasi ein Gerichtsverfahren, wo sich gegenseitig mit Videoclips gebettelt wird. Es ist super witzig. Ich muss da leider noch ein bisschen nachholen. Ich konnte das nicht live verfolgen. Aber das Bittere bei dieser ganzen Sache ist, dass Trump definitiv, das sage ich jetzt hier, nicht konviktet wird. Das heißt, er kann seine politischen Ämter, wenn er das in Zukunft möchte, weiter begleiten. Denn sie bräuchten eine Zweidrittelmehrheit und sie haben quasi maximal 51 zu 50 Stimmen, glaube ich, oder 51 zu 49. Ich glaube, es sind im Senat 50 zu 50. Und der Vizepräsident gibt quasi das kippende Votum bei Gleichstand, was Kamala Harris ist in dem Fall. Aber, also ich glaube, drei oder vier republikanische Senatoren sind auf jeden Fall dafür, Trump zu konvikten. Aber das reicht halt nicht. Sie bräuchten insgesamt, glaube ich, 66 oder 67 sogar. Und deswegen ist dieses ganze Ding eher so für die amerikanische Bevölkerung, was wiederum dumm ist, weil die ganzen Leute, die Trump wählen, auf Fox News, OAN, Newsmax, wie das alles heißt, die Leute gucken halt nur sowas. Da wird das halt gar nicht ausgestrahlt. Richtig dumm. Ja, das Spannende ist ja, dass ich habe gelesen, dass 140 Republikaner seit dem 6. Januar ausgetreten sind oder austreten wollen aus der Partei und dass der Gegenwind also richtig, richtig krass ist. Und jetzt seit dieser Insurrection und dem Sturm da auf das Kapitol, dass seitdem echt viele richtig krass verärgert sind über die Partei und über Trump. Und das kann dann schon sein, dass Trump am Ende des Impeachments dann doch verurteilt wird und dass er da noch nicht mehr antreten darf. Ja, das Ding ist halt, dass viele von den Republikanern halt quasi mitschuldig sind. Also stell dir vor, du bringst jemanden um und die Leute, die die Leiche für dich beseitigt haben, sitzen dann in der Jury, um zu entscheiden, ob du schuldig bist, so ungefähr. Das ist natürlich ein krasses Bild, aber so in die Richtung kann man sich das quasi vorstellen. Das ist auch ein zweischnelliges Schwert. Es gibt ja auch die Vermutung, dass Trump eine eigene Partei macht, die Patriot Party. Das ist auf der einen Seite quasi gut für Demokraten, weil die Republikanische Partei sich halt aufspalten würde und dann vielleicht nie wieder eine Mehrheit bekommen würde. Aber auf der anderen Seite legitimiert man ja so die richtig Extremen und holt sich vielleicht wirklich den Faschismus ins Land, wenn man sagt, okay, ja, das ist jetzt legitim. Leute, die irgendwie auf unsere Regierungsgebäude so Aufruhranschläge machen, die gründen ihre eigene Partei, alles ist cool. Also das ist halt ein zweischneidiges Schwert. Da kenne ich die Argumente aus Deutschland, dass man dann wenigstens weiß, wo die sind. Deswegen waren ja auch viele gegen ein Verbot der NPD damals, weil wenn du diese Parteistrukturen zerschlägst, dann tauchen die ja unter und du kannst sie nicht mehr beobachten. Und da die NPD ja eh unrelevant war, haben sie ja nicht verboten am Ende. Aber wenn sie jetzt Trump eine Partei gründen lassen eigene und da die radikalen Kräfte drin sind, dann wissen sie ja zumindest, wo sie sind, weißt du, und können das beobachten. Ja, also ich glaube halt, Amerika hat ein bisschen weniger, also bei uns ist es ja schon relativ hart, was Nazism angeht. Ja, aber wir haben ja diese Vergangenheit, die über allem schwebt, das hat Amerika halt nicht, ne? Deine Nazi-Keule. Ja. Nazism. Andere Länder müssen da vielleicht nochmal ein Stück vorsichtiger sein, weil sie diese Awareness in der Bevölkerung nochmal weniger haben. Aber es kann auch nach hinten losgehen, wie es jetzt bei, wie heißt sie, Frauke Petry war und bei Bernd, nicht Höcke, der andere Bernd, Lucke, Bernd Lucke, die ja auch ihre eigenen Parteien gegründet haben oder auch dieser Pockenburg und alle haben dann ihre Macht verloren und die Parteien sind nie groß geworden. Und das kann Trump vielleicht auch passieren. Maybe. Also es ist halt noch kein Ergebnis, ne? Boah, ich sehe hier gerade das virale Video von Nawalny, das hat jetzt einer von vier Russen, also es ist natürlich eine Hochrechnung wieder, wahrscheinlich haben es viele Internationale geschaut, aber jeder vierte Russe hat halt dieses Video gesehen jetzt über den Putin-Palast. Ja, ja, sorry, das war jetzt ein kleiner Sprung. Ich habe noch gelesen, dass Trump wohl... Es gibt halt noch keine Entwicklungen, von daher... Ich habe noch gelesen, dass Trump wohl sehr sauer war auf die Anwälte vom ersten Impeachment-Verfahren. Ja, definitiv. Also wie gesagt, der erste Tag war der schlimmste von allem, was ich mitbekommen habe, weil die da wirklich völlig am Leben vorbei argumentiert haben und völlig an der Leine Scheiße gesagt haben. Und selbst die Anhänger, die ja auch im Saal saßen, müssen sich wohl sehr gewundert haben und haben wohl auch geäußert, dass die Demokraten die besten Argumente hatten. Und das heißt schon was, wenn selbst die Repis, die immer Augen und Ohren zuhalten, wenn ihre Genossen was falsch machen, dass sie der Gegenseite Zuspruch geben. Einer ist rübergeswitcht, aber da ging es halt nur um die Frage, die eh absurd war, die Frage war, ob ein, ob so ein Impeachment-Trial, beziehungsweise die Conviction, ob das verfassungsgemäß ist, wenn der Präsident aus dem Amt raus ist. Und diese Frage war so absurd, weil da könnte man ja einfach als Präsident jedwede Scheiße machen, dann schnell resignen, also aus dem Amt gehen freiwillig, ich weiß nicht, was das deutsche Pendant ist, ich kann immer nur Englisch, abdanken, so. Und dann ist er halt immun, so. Das ist total dumm. Ja, die letzten Wochen des Amtes, stimmt. Naja, es geht ja nicht nur um die aktuelle Amtszeit, sondern auch um die Amtszeiten, die noch folgen könnten, ja. Also, wenn er verurteilt werden würde, dürfte er nicht mehr antreten. Und das wäre es ja auch schon wert, so eine Verurteilung. Ja. Und es gab jetzt irgendwie ein Video von Wissenswert, wo sie gezeigt haben, was Ex-Präsidenten nicht mehr dürfen. Und die dürfen auch nicht mehr Auto fahren nach ihrer Amtszeit. Das finde ich ja hart. Was, Auto fahren? Die dürfen nicht mehr Auto fahren, die müssen vom Secret Service begleitet werden und dürfen nur noch von Secret Service Autofahrern gefahren werden. Ach, gucke an. Laut Wissenswert. Aber Wissenswert, ob das die beste Quelle ist? Ich glaube auch nicht mehr. Ich stelle auch nochmal was empfehlen, Tino, denn es gibt von Simplicissimus ein Video über Tencent. Das habe ich auch schon in der Oase oder so gepostet. Kann man sich mal anschauen. Ich habe ja gesagt, dieser Riesenkonzern aus China, einer der vielen, der seine Finger quasi überall im Spiel hat. Ich habe fast nichts, ich nutze fast nichts, wo der drin ist. Spotify zum Beispiel ist auch quasi mit drin. Just saying. Und da kann man sich mal mit einem relativ guten Video eine Meinung bilden, was da los ist. Ich möchte nochmal hinweisen, dass ich Wissenswert nicht so toll finde. Die machen schon sehr oft irreführende Thumbnails und so. Das finde ich oft nicht gut, aber manche Informationen da drin sind schon wissenswert. Aber so richtig belegen tun sie es ja auch nicht immer, was sie da erzählen. Nun, dann kann ich jetzt noch eine letzte kleine Sache, weil wir hatten das jetzt so viel angesprochen. Angola hat jetzt gleichgeschlechtliche Beziehungen entkriminalisiert. Ist das schön. Ach schön. Das ist doch toll. Oh, Tino, was machen wir mit der Woche, ey? Ich weiß, Kelly Family und so. Oh, ich bin einfach, sorry Leute. Ich bin einfach heute, wir hatten die letzte Woche so einen guten Podcast, da kann ich diese Woche auch mal ein bisschen müde sein. Drohbrief und Beschwerden bitte an den FDP-Kreisverband Weimar. Ja. Ich habe noch zwei Kleinigkeiten, und zwar, dass Trump wurde ja, also ob das jetzt diese Woche war, weiß ich gar nicht, aber Trump wurde jetzt für immer gebannt auf Twitter, dass der Bann wohl permanent ist, auch wenn er wieder antreten sollte. Das fand ich sehr spannend. Und Joe Biden hat angekündigt, genau wie Obama schon, und er hat es nicht geschafft, aber er versucht es, Guantanamo zu schließen. Ja, das ist doch eine schöne Mitteilung, dass da der Biden auch dran ist und vielleicht auch mehr Chancen hat. Ja, aber der Biden, der gute Biden, der sagt zum Beispiel auch, dass Julian Orange kein guter Mann ist, und das ist halt alles dumm. Also jeder, der da nicht aufschreit, das ist halt, es ist, es ist, nein, Biden ist ja kein, kein, auf die, auf das First Amendment, Alter. Biden ist halt auch keine eierlegende Wollmilchsau, aber, ähm, er hat schon sehr viele gute Seiten an sich, und auch Obama war ja auch jetzt nicht der, der Erzengel irgendwie, weißt du, oder der, der Engel, ich glaube, der Erzengel ist schon eine Abwertung, aber er war ja jetzt auch kein, kein Engel, ähm, hat ja auch Kriege geführt und so weiter, war halt sehr sympathisch und sehr tolerante Menschen offen, aber trotzdem ist es, ist so eine Person ja auch in Relationen zu sehen, ähnlich wie bei Martin Luther und solchen Gestalten, die ja klar, gute Sachen gemacht haben, aber irgendwie auch sehr viel nicht gute Sachen gemacht haben. Ja. So, in der Woche, was geht wieder in der Woche, Robin? Ja. Es ist, finde ich, jetzt nicht so krasses Zeug passiert. Ja, nicht so viel, ich würde wegen dem Impeachment halt irgendwie einen Punkt noch drauflegen, aber da bin ich auch nur irgendwie bei vier oder so. Ja, maximal. Vielleicht sogar weniger. Ja, ich würde auch dreieinhalb sagen. Dreieinhalb wegen, ähm, Angelo Kelly, wegen der Kinderarbeit. Das fand ich schon ziemlich heftig. Aber sonst. Und dem viralen Video von Joey. Ja. Ähm, ich kann hier nochmal kurz anführen, weil ich war ja schon mal in Japan. Ach. Und hatten wir das hier im Podcast, dass irgendwie die Zahlen noch nicht da sind, so Selbstmordraten und so, weil die irgendwie nur einmal im Jahr geupdatet werden, oder war das an anderer Stelle? Äh, das hast du mal angesprochen. Ja, also in Japan gibt's halt Zahlen. Und, ähm, die, die Suizidraten in Japan sind jetzt für, für die letzten zehn Jahre immer weiter gesunken. Und dann kam die Pandemie, hat einen harten Sprung gemacht. Mhm. Und, ähm, was wohl interessant ist, ist, dass in April und Mai die, die Suizide, äh, wieder gedroppt sind, weil die, weil die, ähm, weil die zu Hause waren und weniger arbeiten mussten. Oh, die Armen. Also der, 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 ja, ja, also der, der, der soziale Druck in Japan ist halt echt hart. Ja. Das ist ja dann auch, äh, da stand da, dass du nach dem Arbeiten noch mit deinem ganzen, äh, mit deinem ganzen Kollegium noch ein Trinken gehst und so, dass du quasi so zehn, zwölf Stundentage hast. Und in diesen Monaten, wo sie zu Hause waren und die, der Workload halt gedroppt ist, gab's weniger Suizide. Also, Leute. Ich war letztens auf so einer Demo, wo sie auch gesprochen haben über, ja, ganz viele Menschen nehmen, äh, bringen sich jetzt um durch die Lockdown-Maßnahmen und so weiter, ähm, aber gleichzeitig lassen die auch die ganzen Corona-Toten irgendwie fallen. Also, ich weiß nicht, man muss so ein bisschen abwägen. Und klar sterben auch durch die Lockdown-Verordnung Menschen, die halt vereinsamen, keine Frage. Aber so im Vergleich zu den ganzen Pandemietoten, das ist halt irgendwie eine andere Zahl. Ja, ohne jetzt Menschen gewichten zu wollen, aber so die Zahl ist ja schon eine andere. Ja. Dennoch spannend. Ja, dreieinhalb. Dreieinhalb. Dreieinhalb bin ich dabei. Tino, äh, ich hoffe, das ging für dich hier. Das waren alles widrige Umstände. Ich hab Wackelkontakt. Ich hör über Lautsprecher. Ich bin müde. Es ist Samstag. Ich bin eine Woche nicht geskatet. Es ist alles scheiße, bis auf du. Oh, Robin, das ehrt mich. Schön. Gut, dann höre ich da leise Musik gerade so anplätschern. Ja, ich höre sie auch. Danke für alles. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Selbe, selbe Stelle. Ja, tschüss, Leute. Danke für Höring. Tschüss. Tschüss. Hey, boy.